Was ist eine Becker-Zyste? Eine Becker-Zyste ist nicht nach Leuten benannt, die backen, sondern leitet ihren Namen von Dr. William Becker ab, einem britischen Arzt aus dem 19. Jahrhundert, der den Zustand beschrieb. Möglicherweise hören Sie auch den alternativen Namen Popliteal-Zyste im Gegensatz zu Becker-Zyste. Der Zustand kann durch eine Schädigung des Kniegelenks, eine ausgedehnter Arthritis oder in einigen Fällen ohne erkennbare Ursache verursacht werden. In den meisten Fällen äußert sich die Zyste selbst als ein Vorsprung auf der Rückseite des Knies, der oft schmerzhaft ist und das Biegen oder Glätten des Kniegelenks schwierig macht. Menschen mit einer Becker-Zyste können Schwellungen im hinteren Knie bemerken, die sich meist am auffälligsten bemerkbar machen. Die Rückseite des Knies kann sich auch angespannt und in manchen Fällen sehr schmerzhaft anfühlen. Manche Menschen bekommen diesen Zustand in milderer Form, mit wenig bis gar keinen Schmerzen und mit wenigen identifizierenden Ursachen. Die Becker-Zyste entsteht, wenn die zur Schmierung der Gelenke verwendete Flüssigkeit, die sogenannte Gelenkflüssigkeit, im Übermaß produziert wird. Dies kann dazu führen, dass die als Schleimbeutel bezeichneten Gewebetaschen, durch die die Flüssigkeit fließt, mit Flüssigkeit überladen werden. Insbesondere die Bursa poplitealis im hinteren Teil des Knies kann erheblich überlastet werden und sich ausdehnen, wodurch die Zyste entsteht. Wenn Sie Schwellungen und Schmerzen in der Bursa poplitea haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Es gibt einige Komplikationen, die ohne ärztliche Behandlung auftreten können, und andere Bedingungen, die einer Becker-Zyste ähneln können. Zum Beispiel könnte die Erkrankung tatsächlich eine verstopfte Arterie oder ein Tumor sein. Allgemeine Tests zur Identifizierung von poplitealen Zysten umfassen die Verwendung von Ultraschall- und oder Magnetresonantstomographie zur Beurteilung und korrekten Diagnose des Zustands. Diese können dazu beitragen, andere mögliche Ursachen für die Beule hinter dem Knie auszuschließen. Bestimmte Umstände erfordern eine sofortige Behandlung. Wenn die Schwellung sehr stark ausgeprägt ist, das betroffene Bein rot ist und starke Schmerzen vorhanden sind, kann dies darauf hindeuten, dass die Zyste geplatzt ist und Flüssigkeit in die Weide gelangt. Ärzte müssen dies möglicherweise auf verschiedene Weise bewerten und behandeln, häufig ähnlich wie bei der Behandlung eines Blutgerinnsels. In anderen Fällen tritt die Zyste des Bäckers von selbst zurück. Und die Patienten können sich einer Physiotherapie mit verschiedenen Bewegungsübungen unterziehen, um die Schmerzen zu lindern. Eine Vereisung der Zyste oder das Erstellen einer Kompressionspackung um die Zyste ist üblich, und Patienten mit leichten bis mittelschweren Schmerzen können Medikamente wie Ibuprofen einnehmen. Es wird oft empfohlen, Krücken zu verwenden und das Gewicht vom Knie fernzuhalten. Wenn die Zyste sehr schmerzhaft ist, ist eine Einschränkung der körperlichen Aktivität sinnvoll. Manchmal ist das Wichtigste nicht die Zyste, sondern die zugrunde liegende Ursache. Wenn die Zyste auf Knorpelrisse zurückzuführen ist, durch die zusätzliche Gelenkflüssigkeit in die Schleimbeutel gelangt ist, muss die Träne möglicherweise operiert werden. Wenn Arthritis das Problem ist, arbeiten die Ärzte daran, den arthritischen Zustand zu beheben, obwohl dies die Zyste nicht immer verbessert. Manchmal vergrößert sich die Zyste des Bäckers und erfordert eine aggressivere Behandlung, ZB-Nadelaspiration oder chirurgische Entfernung der Zyste.